Blitz, Feuer, Frost, Zahnschuhe, Eisenkrummsäbel, Eisengeule, Katana, nur Dachi, aber noch können wir die richtig guten Sachen nicht, Stahl, oh, da sind sie doch, ha, zwei Holzkohle bräuchten wir, oh, Alben-Schwert, oh, ich hab noch gar nicht ein Deutsch-Patch installiert dafür, egal, Agonia, Schwert, Azurban, boah, das Ding würd ich gerne haben, das ist ja, boah, Schaden 30, Gewicht 14, zwei perfekte Saphir und zwei Holzkohle, hey, das kann ich jetzt schon basteln, das Schwert, hm, was gibt's denn hier noch, Dragon Brand Dragon ist Degger, Degger sind Däuche, aha, das Schwert dafür, braucht man Drachenschuppe, okay, Stahlwaren, Bastardschwert ist Zweihänder und Einhänder, glaube ich, aber hier gibt es wahrscheinlich ein Zweihänder, hm, boah, schönes Ding, oh man, das ist auch schön, die beiden sind schön, und könnte ich herstellen, oh nein, Hunting, Hunting Sword, Stahlpanzerhandschuhe wollen ich, Kajit, Sehblut, Petare da, ah, so viel, so, zum Herstellen, das ist ja unglaublich, Silberaxt, Silberstreitaxt, die Katana, Stahldiadem, Stahlt euch, boah, Stahlkeule, Stahlkriegs-Axt, was gibt's denn hier alle noch, boah, so viel, Stahlrüstung, Stahlrüstung, zwei verschiedene, okay, nehme ich jetzt mal einfach so hin, Stahlschwert der dritten Ära, ja, sowas kann ich, Leute, ich bin schon ein, äh, Schmied der dritten Ära, was auch immer das heißt, aber mich interessiert einmal dieses Drachenschwert, wo war's, da, Drangensword, da brauche ich nur einen Holzkohle, dann kann ich bestimmt kaufen hier, und Azurbrand, dafür brauche ich zwei perfekte Saphir und einen Holzkohle, ich glaube, ich nehme Azurbrand, wenn das keine Zweihandwaffe ist, ich hoffe es, ich hoffe es, so, Elfen, ah, wollte ich gucken, Terranova, oh, scheiße, Mist, vergoldete Elfenrüstung, Terranova ist Buggy, muss ich nochmal gucken, nach dem Fix, Elfen Zweihänder, Elfenstreiter, Elfen Schwert, will ich alles nicht, nein, nein, Pfeile wieder, ne, ist nix für mich, Schmuck, auch nicht wirklich was dabei, was mich interessieren könnte, hübsch, ähm, sonstiges, perfekter Saphir braucht man, ne, ja, hochwertiger Saphir habe ich, äh, keinen perfekten, oder, ah, vielleicht kommt er noch, da, nein, Granat, Mist, perfekter Saphir ist hier nicht, warum nicht, warum kann ich keinen perfekten Saphir herstellen, perfekter Diamant, hochwertig, hochwertig, und weiter, blablabla, blablabla, okay, okay, ich gucke nochmal nach, also, für Azubran brauchen wir zwei perfekte Saphir und einen Holzkohle, vielleicht werden die sogar verkauft, hier, von der Ollen, ich will was kaufen, mhm, so, Holzkohle, ein, brauchen wir mal, perfekte Saphir, sieht nicht gut aus, ah, eine Holzkohle kaufen wir uns, schau mal, ah, woher kriege ich jetzt einen, Saphir, äh, zwei perfekte Saphir, muss ich mir mal überlegen, erstmal nach da oben hin, zur Mine, und dort werden wir dann erstmal ein bisschen abbauen, auf zu Eisenbrecher Mine, dort gibt's Eisen, jawohl, ja und auch, oh, da ist dann der erste Eisenherzader, ja, ja, hier kann man bestimmt eine Menge abbauen, ach, ja, der Bergbau, der ist eine harte Sache, die Erzader ist er, und hier ist auch wieder Eisenherz, hier ist überall Eisenherz, ich arbeite in der Eisenbrecher Mine, seit ich ein kleiner Junge war, Eisen ist ein guter, hier ist Metall, so etwas schürft man als noch, oh, eh, hier nicht, auch nicht, bauen wir das ab, das sieht so scheiße aus, oh, perfekter Granat gefunden, nein, die brauchen Saphir, man, kein Granat, jetzt sind wir echt auf der Suche nach einem perfekten Saphir, ja, vielleicht gibt's auch nur perfekte Granate, in Granaten, in, nennt man die Granaten, die man hat Zeit davon, egal, auf jeden Fall, gibt es die vielleicht auch nur in den, in den Quacksilmererzader, oder in den Mondsteinerzader, oder sonst was, Eisenerz, was kommt jetzt, was kommt jetzt, äh, King Arthur, it's a roleplaying game, hochwertiger Granat, schon wieder ein Granat, ich glaub, hier gibt's echt nur Granaten, ah, ist hier wirklich gut, das muss ich schon sagen, äh, okay, boah, da ist ein Loch, wenn man da reinfällt, dann, erlebt man bestimmt ein Abenteuer, bin ich mir sicher, aber, wir wollen ja das hier erst mal abbauen, hehehe, noch mehr Eisen, boah, ey, was ne Fundgrube, Ach ja, das Eisen, du trägst so viel, und kannst nicht mehr rennen, scheiße, genau, das wollte ich nicht, Mist, mischt, deshalb müssen wir Goldie jetzt erst mal, ganze Eisenerz geben, du bist jetzt der Packese, Goldie, so einfach, geht das, Goldie, ich bin noch da, ach, ich möchte ein paar Dinge mit dir tauschen, ich gebe dir, ne, das bist du, ich will das hier, so, äh, Gewicht, so, das höchste Gewicht ist, äh, gar nix, und hier ist das höchste Gewicht, 5, Mammut Stoßahn, du kannst ihn im Gegenstand nicht ausrüsten, naja, ich will ihm ja auch Goldie geben, Trollschädel, Höhenbärenpelz, Siebelzahntiger, ah ja, den Quest haben wir ja immer noch nicht fertig gemacht, oh, nein, 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 alter Schwede, da sind so viele Tränke, Rüstung vielleicht, nein, Schwerter, 10, 10, Spitzhacke, ist genauso schwer, wie ein Schwert, okay, okay, ach, wo sind denn jetzt die Eisenbahnen hier, nicht Eisenbahnen, äh, Erz, da, gleiche Gewicht wie Eisenbahnen, ja, 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 wehe, du verlierst die, dann gibt's Ärger, da unten ist jemand, wie kam der denn da hin, ich speichere mal, ähm, kurz mal gucken, ob es hier noch was gibt, in den Fässern, nein, Geronimo, Moment, war ich hier nicht schon, da ist, Tatsache, dann kommt man von da, aha, ich verstehe, schreib mal bitte in den Comics, wie lange, so, Erzadern brauchen, zum Respawn, die kommen doch bestimmt irgendwann wieder, oder, schreib das mal in den Comics, das würde mich mal interessieren, Goldi, hier, komm mal bitte mit, da ist die Schmelze, so, ähm, Dinge mit euch tauschen, was braucht ihr, ich brauche Eisen, und zwar, jede Menge Eisenerz, alles, um genau zu sein, und ich brauche, hast du vielleicht noch was, was ich gebrauchen könnte, nein, dann mal los, die Eisenbrechen, jaja, geh weg da, ich will das benutzen, so, Eisenbaren, boah, stellen wir jetzt mal ein bisschen her, vier Eisenbrocken, Eisenbrocken, also ehrlich, ach, vielleicht kann ich ja aus, Eisenrüstung, die ich finde, Eisen, äh, Trocken herstellen, und dann, verstehe, so langsam verstehe ich das Prinzip, Silberbarn, was soll ich damit, ich kann nicht gut schlafen, egal wie viel Alkohol, ich in mich rein, ich bin niemand, Mann, wieso, bespricht dir, mir niemand, dieses Problem, mit der, mit diesem blöden Albträum, und wo ist die andere Mine, egal, ich will jetzt erstmal zum, Schmied, Schmied, komm mal her, du Schmied, du, wo bist du, da, Schmied, Eisen, so, da haben wir es, Eisen durch, beste Methode, ja, sich zu skillen, keine Lederstreifen mehr, Goldie, ah, da bist du ja, ich muss wieder was mit dir tauschen, tauschen, was braucht ihr, ich brauche von dir, Lederstreifen, Lederstreifen, die ganzen Pelze am besten, nein, Bärenpelz behältst du, ja, blutige Lumpen, hast du mit, warum das denn, ähm, Fell, Fuchspelz, und, Lederstreifen, und Leder, damit ich Lederstreifen machen kann, so, die haben doch da, genau, ich arbeite mit Stahl, hauptsächlich, so, sonstiges, Drachenfaden, aha, wann gibt's das denn, Ebenerzfaden, sieht ja krass aus, hoho, ja, okay, Elfenfaden, Goldfaden, hips, hoppla, hier ist, hier kam aber auch eine Menge dazu, leeres Zauberbuch, leeres Buch der Macht, hab ich was verpasst, das hat sich gereimt, Papierrolle, Mammutwolle, wuuu, Schreibfeder, Seidenfaden, Hundfaden, Schattenrohe, Zerstörung, Zauberkosten, 15% weniger, Schattenschuhe, der Träger kann sich lautlos bewegen, geil, Leider null Rüstung, hm, Silberfaden, Spinnseide, Vulkangasfaden, okay, Zauberbuch, Feuerbombe, Feuerexplosiv, die im Umkreis Feuerschaden verursacht und Ziele zum Brennen bringen kann, was zusätzlich einen Schaden verursacht, erfordert Zauberbuch, Feuerblitz, mächtiger Seelenstein, leeres Zauberbuch, verzauberte Tinte, verzauberte Schreibfeder, Zauberbuch Schutzgeist beschwören, Zauberbuch Spektralbär beschwören, Spektral-Säbelzahntiger, what? Mod? Oder wie? Egal, ist cool, so, ja, ihr werdet jetzt hergestellt, so, das andere seid ihr ja nicht gut, ihr Fälle, Lederstreifen herstellen, Lederstreifen herstellen, Lederstreifen herstellen, Lederstreifen herstellen, tun, und zwar ganz schön viele, wieso skillt man sich denn hier nicht, das ist doof, also, Spiele, Eisen, Eisendolch, weiter herstellen, Wir skillen Eisen, mit Eisendolchen, hin und her, wir haben keinen Eisenbahnen mehr, verdammt, verflixt nochmal, ich will einen Eisenbahnen mehr, aber wir haben ja nix mehr, wir haben alles hergestellt, nicht wahr, Goldie, ach ja, jetzt erstmal die ganzen Deutsche verkaufen, hauptsächlich was, verkaufen, beides, ähm, quatsch, ich, so, da, ich habe 28 Eisendolche für euch, bitte sehr, verkaufe ihr alle, 84 macht das, dankeschön, ähm, Spitzak, brauche ich nicht, brauche ich auch nicht, äh, jetzt kann ich auch wieder rennen, wow, ich bin flink wie ein Tiger, und breit wie eine Maus, ähm, ja, ja, das ist mal wieder so eine, Shoppingrunde, die man, die man hier sieht, hier ist nichts, ha, hier ist die andere Mine, sehr schön, ja, haha, gehen wir auf, äh, Quecksilberjagd, mal sehen, was es hier gibt, he, 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 die scheinen verlassen zu sein, irgendwie ist hier keiner, hier ist auch noch kein Quecksilber, wow, ah, da, nein, bau das doch nicht ab, das ist meins, geh weg da, so wie alle anderen auch, Schild für dich, ich will aber abbauen, geh da weg, hier haben so viele Bergmänner, ich rempel dich um, oder ich töte dich von hinten, mein Gott, ach, verdammt, Mainz, hey, ich kann mich fort, mal sehen, was es in Quecksilber so gibt, Quecksilbererz, das ist klar, und zwar, was ich, wenn man mal, niemals so schwer zum Schiffış, wo ich fast war, und zwar, noch mal, was ich bin, Untertitelung des ZDF, 2020